hallo grüße miteinander und ein herzliches willkommen zurück hier bei galaxy fame mit ja heute zu türchen nummer 3 würde ich jetzt einfach mal sorgen wir legen los ja dann erst mal wie gehabt erstmal unseren beziehungsweise mein milka oreo adventskalender ich lege meine seite so damals 19 23 22 21 22 hat mir schon vier haben die drei die drei hier oben hier so und jetzt machen wir das ganz und drinnen ist weiß es gar nicht okay und hier hinten haben auch ich kann es euch mal zeigen ich sehe das auch gerade zum ersten mal was da alles im adventskalender drin ist also dreimal diese rolle also oreo mit joko drüber das beim ersten türchen drin dann das hat man auch ich glaube in türchen nummero 2 oder war das oder war das um genau umgekehrt ich weiß gerade nicht mehr ja okay okay da haben wir durch nummer 1 ja okay dann war das ja dann war das so wie ich es gesagt habe genau und heute haben wir das hier drin finde ich cool schön ja und dann zum selber selbst gebastelten adventskalender zum schönen ja dann ja die drei hier oben in der mitte und dann würde ich nur sagen dritter macht was man auf und drinnen ist auch so ein kleines kügelchen von lindt ja okay schöne kleine ausbeute finde ich schön habe ich wieder ein bisschen was zu knabbern und ja auch nicht sollte auch mal das türchen wieder rein tun ja okay dann gehen wir rein genau sehr schön ja ich würde sagen mit dieser schönen kleinen ausbeute verabschiede ich mich heute auch für diesen tag das soll ich soll ich will es jetzt auch nicht irgendwie künstlich in die länge ziehen würde ich sagen sehen wir uns bei tüch nummero vier bis dahin tüch nummero vier bis dahin